Willkommen hier zurück zu New Vault. Was war angesagt in der letzten Folge? Was hat man geplant? Genau, ins Inventar gehen und eine andere Waffe benutzen. Beil. Das Beil als Zweitwaffe eventuell. Oder den Hammer. Hm. Oh. Moment, Moment, Moment. Das Beil wollte ich ja mal testen. Den Bogen, den Hammer ja noch nicht, den Bogen. Wir hatten doch die Handschuhe bekommen hier, ne? Lederhandschuhe. Gleich mal anlegen hier. So. Den Hammer. Ach, Zweitwaffe geht noch nicht. Haupthandplatz. Freigeschaltet ab Stufe 5. Ah, ab Stufe 5 erst, okay. Was haben wir denn jetzt da? Das Schild haben wir noch und den dicken Hammer. Guck mal hier, den dicken Hammer. Das sieht doch schnuckelig aus hier mit dem dicken Hammer, oder? Schild auf dem Rücken. Ohne den dicken Hammer. Dicken Hammer in der Hand. Ja, muss sein. So. Geht los. Oh, da ist er. Ja, der macht natürlich auch schön Schaden, der dicke Hammer. Sehr schön. Pushen wir natürlich alle Monster hier. Wir ziehen natürlich alle Monster ran hier. Ja, da gibt es natürlich schön XP. Okay. Wunderbar. Loot nicht vergessen. Die Pfeile. Wenn die Pfeile droppen, dann weiß man, man braucht dann auch, denke ich mal, man braucht dann bestimmt auch Pfeile, die man dann auch benutzen muss für den Bogen halt später. Hammer im Bogen. Kriegshammer können. Können. Auf Stufe 2 K aufrüsten. Können wir jetzt aufrüsten? Ich werde alle, also ich werde nach und nach mal, also alle Waffen mal, ähm, ich denke auf Maximallevel bringen. Aber, oh, das ist eine Kiste. So. Aber das Kloppen macht schon Spaß hier. Oh, das ist schon wieder Loot. So, nimm natürlich die Vorratskiste mit. Patronen, alter Sch... Was? Schiffs... Was war das? Irgendwas vorm Schiff. Irgendwas vorm Schiff. Super, ganz ehrlich, das Beil will ich auch nochmal testen hier. Nice. Das Beil sagt mir ja schon ein bisschen mehr zu, ne? So, ich muss noch was finden, ne? Ah, ein Logbuch. Das fehlt ja noch ein Logbuch. Hat er da hinten was gedroppt gehabt? Ne. Da ist ja klar, mit dem Beil bist du natürlich schneller unterwegs, also nicht unterwegs, aber du schlägst natürlich schneller zu als mit dem großen Hammer. Aufrüstung verfügbar, Meisterschaftspunkt 2. So, Ausrüstung verfügbar. Gebietsrufpunkt 1. Okay. In Klagenteil wurde... Oh, da ist Krieg. Da ist Krieg. Ich weiß gar nicht, ob man die Kisten hier zu einer bestimmten Zeit wieder looten kann. Gibt es da einen Respawn, äh, sozusagen einen Respawn-Timer. Bestimmt, ne? Beil können 2. Aufrüstung kaufen. Kann man denn da auch noch mal gucken. Attribute haben wir hier. Biografie. Waffen. Aber das könnte ich jetzt hier nicht machen, weil hier die ganzen Zombies die ganze Zeit... Also, ist ja kein Zombie, ne? Das ist ja so ein ertrunkener... Wie heißen die noch mal? Ertrunkener Seemann. So, wo ist denn jetzt das... Hier in der Nähe muss nochmal das Logbuch sein. Da vorne ist es auch. Das wir auch mal weiterkommen. Dann kriegen wir auch gleich noch einen Bogen. Mhm, Kapitänslogbuch Tag 1. Mhm, heute setzt mir die Segel um etwas zu suchen. Was wirklich... Mhm, Mensch, ich weiß was. Expedition erwartet an, dass wir eine Insel vielleicht niemals finden werden. Wir haben genug... Aha, vorrückte mehrere Modelle. Okay, eine Suche ermöglicht. Wir haben klare Himmel und die Moral ist gut. Okay, alles klar. So, mal grob überlesen. Fehlt doch noch was. Suche Schiffswrack nach Aufzeichnungen und Überresten. Okay. Kümmer-Schnitzer. Landmarke... ...kartiert. Stufe 3. Okay. Okay. Ja, wirklich, was los hier, ne? Du hast eine Kiste. Sehr schön. Wird gleich mitgenommen. Was machst du denn da? So, haben wir auch schon auf 3, das Beil. Schön mit dem ganzen Loot hier. Den müssen wir uns hier mal angucken hier. Prächtiger Loot. Nice. Geschenke sind immer gut. Bin ja gespannt, was da drin sein wird. Das finde ich auch gut hier, dass man das komplette Menü ausblenden kann. Auch schön für spätere Bilder zum Beispiel. Ah, wir haben schon wieder irgendwas aufgerüstet. War Aufrüstung verfügbar? Gebietsberufpunkt M. Was? M? Du könntest aber mal M drücken. Die Karte bin ja auch noch nicht gezeigt, ne? So, wie sieht das hier überhaupt aus? Ist das ausgeglichen? Ja. Die da oben sind 3. Die 1, 2. Grün sind 3. Ja, das ist eigentlich... Doch, ist ausgeglichen hier, ne? Was wollen die denn schon wieder hier? So. Du kannst ihn ja mal nicht in Ruhe hier die Karte anschauen. Hm, Schiffs... Spint. Einmal zerflederte Karte, okay. So, und hier ist der Highloot für uns, oder was? Ne große Vorratslagerkiste. Sehr schön, mitnehmen. Nehme mit. Plattenstulpen. Wat? Mehr nicht? Nur Plattenstulpen? Kommen wir hier nur Plattenstulpen? Gibt's denn hier noch einen Spezialloot? Ne, ne? Wir wollen auch einen Bogen immer testen, ne? Stufe 5. Jetzt können wir 2 Waffen benutzen. Ne? Überlebenskünstler. Aufgabe. Rangverbesserung des... Zeitlack, okay. Erstes Licht. Emerald. Königsfels. Windkreis. Mhm. Ach ja, ich muss ja später dann auch noch im Bündnis beitreten. Da war ja was. Moment. Eins, zwei... Genau, hier muss ich denn... Weil gelb ist ja... Ja, gelb ist das Bündnis... Das hab ich eben gerade gesagt. Bündnis beitreten. Also ich trete dem Bündnis bei. Das wollte ich sagen. Es gibt ja 3 Fraktionen, ne? Ich trete ja dem Bündnis bei. Genau. Da gibt's noch Morodeure, glaube ich. Und wer heißen die anderen noch? Wie heißen die anderen? Oh, fällt mir grad nicht ein. Syndikat oder sowas? Kann das hinkommen? Was haben wir denn jetzt? Oben ist das Schiff markiert. Oh, die Gebiete sind auch markiert und die Quests, okay. Sammle am Heck folgendes. Schiffsflagge. Sammle am Bug folgendes. Schiffsflagge. Komm hier, der edit doch sowieso gleich wieder hier. Heute mal ist das ja auch alles XP, ne? Da muss man auch alles mitnehmen. Oh, Magier oder was? Kann man den auch schön blocken hier? Oh. Aber das Schild gar nicht. Das Schild haben wir bloß so noch auf dem Rücken. Das finde ich dann auch gut. Da kann man sich auch später der Situation anpassen. Dann kann man auch umskillen oder, ja. Kostet natürlich ein bisschen Gold. Vor allem jetzt haben sie das geändert, was ich auch gut finde. Das kostet nicht, also damals war es, glaube ich, umskillen 500 Taler, also Taler gekostet. Und das haben sie, glaube ich, jetzt verringert. Den Update. Müssen wir da hin oder was? Ja, Schiffsflagge. Ach, hier sieht man sie sogar, ne? Sie sind gleich weg, wenn wir sie eingesammelt haben. Ja, sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir. So, dann müssen wir mal zum Bug. Und dann laufen wir gleich zurück. Ich hoffe, ihr bekommt gleich einen Bogen. Oh, das ist ja eine schöne Aussicht hier oben, ne? Sehr schön. Sieht ja hübsch aus. Oh, wir können zurück. Wunderbar. Können wir hier runter springen und dass wir Schaden bekommen? Okay, ein bisschen Schaden bekommen wir, aber... War jetzt nicht so tragisch. Ja, und das Größte, was mich stört an New World. Man kann in diesem Spiel nicht schwimmen. Also... Ja. Ich weiß nicht, warum, aber... Auch wenn man hier ins Wasser schlägt, ja? Die Soundanimationen, vor allem die Geräusche, also der Sound vom Wasser. Sehr geil. Ja, ich weiß nicht, warum man in diesem Spiel nicht schwimmen kann. In jedem Spiel kann man schwimmen, bloß in New World kann man nicht schwimmen. Hm. Dann ist das halt so, ne? Ja, das kommt bestimmt noch. Also wenn das Spiel nicht später irgendwie... Ja, mit eingeführt wird, dann weiß ich auch nicht, weil man muss noch schwimmen können. Guck mal, einen ausgewachsenen Baum. Da können wir nicht fällen. Da brauchen wir Stufe 50 anscheinend. Oder nicht Stufe 50, sondern also... Holzfäller den Rang. Skill-Rang 50. Hallo Schwein. Ist das hier Hanf? Könnte das Hanf rein? Ist auch sehr wichtig, habe ich gehört. Nehmen wir gleich mit. Wir haben noch keine Sichel, ne? Da war ja was. Kräuter. Ne, Kräuter sind das bloß. Kräuter. Aber wir haben noch keine Sichel. Oh, der Barbossa. Der ist ja immer schön am Holz hacken da. Jo, guten Tag, junge Frau. Ja, die sehen gut aus. Du hast diesen Schiffen und erstes Licht einen großen Dienst erwiesen. Ich wünschte, wir könnten jetzt zurück in die Siedlung. Aber wir dürfen die Wahrheit nicht ignorieren. Tja. Das stimmt. Bekommen wir jetzt einen Bogen. Also ich hier schließe folgende Aufgabe ab. Sehr schön. Bogen. Der Sturm bei deiner Ankunft hat den Himmel blutrot gefärbt. Reine Verderbnis, wenn du mich fragst. Okay. Gibt es hier immer noch Verderbnis? Woher und die... Na ja, machen wir mal das hier. Jawohl. Und die Verderbnis ist die wahre Bedrohung hier. Jede Spur davon ist eine Plage für unsere Siedlung. Ich fürchte, in der Tidenschluckhöhle halten sich noch Reste davon. Okay. Soll ich mal nachsehen? War ja klar, ich muss da hin. Aber das ist sowieso klar. Ich frage Neuankömmlinge nur ungern. Aber du scheinst zu wissen, was du tust. Zieh dich doch bitte dort um. Nimm dich aber in Acht. Die Verderbnis kann sehr gefährlich sein. Hm, ja. Das war ja klar. Das war ja klar. So, bevor wir das Engeres weitermachen. Bogen. Bogen kommt auf 1. Da steht ja schon mal fairs. So. Gibt es... Ach, da oben steht das. Eventar. Ah, 48 von 200. Okay, Maximalplatz. Also wir haben... Wir können noch ein bisschen sammeln. Wir können noch ein bisschen sammeln. Ähm... Wir haben keine Sichel, ne? Entsichelte... Entsichelplatz. Achso, die Sichel. Wo... Wo kommen wir mit dem Sichel her? Was haben wir denn hier noch schönes? Tagesbericht. Heute waren es 17 ertrunken, denn meine Rüstung wurde leicht beschädigt. Ich muss... Mehrere zusammenrotten. Heute waren es zwar nicht mehr als gestern und so weiter. Okay. Alles klar. So, grob überlesen. Wenn ihr erstmal in Ruhe oder selber noch ein paar lesen wollt, gerne ein Video pausieren und selber nochmal lachen lesen. Das wird ja auch alles schön gespeichert, ne? Ähm... Ja, wo bekomme ich jetzt eine Sichel her? Von ihr, glaube ich, nicht hier, ne? Oder? Sei vorsichtig, wenn du in die Tidenschluckhöhle gehst. Was dort auch ist, ist nichts Gutes. Ups. Ich muss schnell reinzoomen hier. Wo sind... Da müsste ich in die Stadt gehen. In die Siedlung, glaube ich. In die Siedlung müsste ich dann, glaube ich, in der... Und hier, äh, Dingsbums holen. Ähm... Na, was wollte ich sagen? Um zu kaufen bei so einem Warenhändler, Sichel und sowas. Denk ich mal. Okay, wir müssen ja auch... Da oben, glaube ich, lang, ne? Oder, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, hier rechts rum. Wir müssen hier rechts rum. Kann ich hier schon was mitnehmen? Achso, das ist ein Feuerstein. Ich will ja den Bogen mal ausprobieren, ne? So, Schluckhöhle, Landmann, okay. Ist das ein Gegner da? Oder ist das ein Spieler? Gut, 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 gut. So, wie machen wir das denn jetzt hier? Ich habe noch keine... Muss ich da auch noch ausrüsten? Pfeil. Feuerstein. Ah. Muss ich bestimmt auch noch später noch Pfeile kaufen. Oh. Okay. Aber man kriegt sich auch durch die Monster, ne? Ich glaube, wir müssen erst mal am Schwein oder so was ausprobieren mit den Bogen. Ja, das ist Gewöhnungssache, aber... Das geht. Aber hier drin jetzt mit dem Bogen... Ich weiß ja nicht. Ich glaube eher nicht. Da oben haben wir noch... Oh. Jetzt kommt noch runter. Das war ja klar. Das wird nix. Beil ist ja nicht schlecht, ne? So, Punkte verfügbar. Da muss ich auch gucken, wo ich denn... Ähm... Geschick ist ja Bogen. Ich denke mal, Geschick ist gut, ne? Geschick ist gut. Stärke... Ich glaube, ich gehe denn nur komplett auf Geschick. Macht das Sinn? Nur komplett auf Geschick zu gehen, ja, ne? Skaliert mit Geschick. Wegen dem Bogen, ja. Intelligenz. Stärke. Ne, das ist nicht so meins. Wegen dem Beil, ne? Skaliert mit Stärke und Geschick. Oh, jetzt kommt ja wieder einer von hinten. Das war ja klar. Aber wir müssen den Bogen ja leveln. Oh. Wieder auch die Pfeile drinstecken, ne? Auf Nahkampf mit Bogen ist natürlich nicht so praktisch. Die sollte man, glaube ich, lieber wechseln wieder. Deswegen ja auch die Zweitwaffen, um zu switchen. Aber... Und ich soll das Skill nicht vergessen. Ich muss die Waffen skillen. Oh. Headshot. Plus sieben Bogenmeisterschaft. Wunderbar. Jo, dann werde ich weitermachen, werde ich die Aufgaben erledigen. Das soll es dann erstmal für euch gewesen sein. Ich baue doch bestimmt gleich wieder ein. Ne. Okay. Ähm, ja. Wie das so ist im MMO. Jetzt geht's los. Quests erledigen und so weiter und so fort. Ihr habt die ersten, sozusagen, Minuten erlebt von New World. Wollt ihr mehr sehen? Lass mal gerne einen Daumen nach oben da. Ähm, ja. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich werde dann in Ruhe skillen. Und... Mal gucken, was ich den Skill geschick auf jeden Fall. Stärke muss ich mal sehen. Wegen dem Beil. Ja, schauen wir mal. Okay. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ähm, bis zur nächsten Folge. Ähm, ab New World. Ja, auf jeden Fall, wenn wir nochmal angeln gehen. Und, ja. Gucken, wie wir mal, was da noch so kommt. Und, ja. Das war es denn erstmal. Also, bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.